Hallo und herzlich Willkommen zu Warframe. Mein Name ist Taladir. So, was haben wir denn hier schön? Wir haben die Valkyr, wir haben die Grinlock in der Hand. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding ist. Ich habe es gerade erst aus der Schmiede geholt. Es liegt ja schon seit Wochen drin rum. Wir haben an der Seite die Spectra und auf dem Rücken das Bob-Reim. Und dementsprechend schauen wir uns mal die Grinlock an. Boinks. 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 Äh, Granaten, Raketen. So, dann kommt die nächste. Boink, boink, boink. Au. Boink. Im Gop. Hm. Kleines Repetiergewehr. Boink. Und das Ding ist sehr präzise, so wie es aussieht. Wenn man dann auch mal so in Richtung Gegner schießt. Hm. Scheint nett zu sein, das Ding. Naja. Willen wir einfach mal austesten. Wo sind sie denn jetzt? Da unten rein. Ba-dam. Ba-dam. Mit Rupf. Da steht auch immer noch einer. Da. Binks. Oh, kommst du mit deiner blöden Ignis nicht ran? Nee. Hm. Dann schieße ich dir halt in den Arm. Diff. Ey. Deine Sobek kannst du dir aber mal sonst wo hin klemmen. Ha-ha-ha. Dann gibt es halt was mit der. Mit dem Bo. Böf. Mit dem Bo auf dem Po. Bump. Bump. Hm. Also ich muss sagen, dass das Bo echt krass ist. Also es ist ja jetzt auf Level 12 oder wie sowas. Keine Ahnung. Buff. Buff. Und das Ding geht echt übel ab. Also was ich da schon für Mods jetzt drin habe auf Level 12. Ähm. Das ist echt nett, das Teil. Und außerdem wusch. Die Reichweite, wie man halt hochfliegt, ist echt. Auch sehr, sehr beeindruckend. Also da kann man nicht meckern. Aber ich glaube, die Grinlock, die könnte. Oh. Das war wieder großartig. Durch die Rillen da geschossen. Das ist wieder so ein Ding, was auch nur ich hinkriege. Master over 420 Blaze Scharfschütze Taladier. Hump. So, gucken wir mal. Das war jetzt die falsche Seite. Buff. Eigentlich wollte ich da hin ausreichen. Ausweichen. Wo sind sie? Gebe. Da, 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 da. In den Kopf geschossen. Du bist tot. Und ich lebe noch. Das ist ein toller Tausch. Sehr lustige Waffe. Ich glaube, ich habe jetzt auch einen, oder jetzt habe ich schon wieder noch eine Waffe gefunden, die ich nochmal weiter formen muss. Naja, jetzt Salz, jetzt Salz. Halt mit ein bisschen durch, durch Shred, also die Punch-Through oder den Durchschlag und na, Dingsbums hier. Feuerrate erhöhen. Ich denke, da könnte das Ding echt sehr, sehr krass werden. Oh, Sanova. So. Silber schuld. Ne, 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 ne. Alarm auslösen ist hier nicht. Ey, wer schießt denn da noch? Da unten steht einer. Da hockt einer. Bug. Wo seid ihr? Ihr fiesen Greniertypies. Ich mache euch alle tot. Boink. Boink. Ich schmeiße den Grenier durch mal. Club und schrei. Bo. Bo. Versteht ihr? Hm, keine Ahnung. Da, 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 da. Tja, verschossen. Ist mir egal. Warte kaputt. So, gucken wir nochmal die Spectre. Ja, ist nicht so, ist nicht so tolle, wenn man hier mit dem Flammenwerfer rumläuft, ne? Arsch. Ist eigentlich tierisch gemein. Also, warum machst du es dann? Hat dir deine Mutter nicht beigebracht? Eeeh. Messer, Feuer, Gabel, Licht, ist für kleine Grenier nichts. Nö, hat sie nicht. Deine Mutter, ey. Obwohl, ich weiß gar nicht, wer deine Mutter ist. Hm, ich hoffe mal, dass wir diesen Story-Schnipsel auch irgendwann nochmal zu sehen bekommen. Wäre nämlich ganz schön, wo die alle herkommen und wie das alles passiert ist und so weiter und so fort mit den komischen Hygiene-Experimenten der Grenier. Das sind ja alles Informationen, die wir noch gar nicht haben. Boinks. Boinks. Ey, ey. Schlunk. Schlunk. Aber da könnte man theoretisch ein richtig schönes, äh, ein Themenbild machen. Halt hier mit der Leaver-Action von der. Von der, von der Grinlock. Dann dazu die Vakor-Mairlock, weil die ist ja auch so ein, so ein, so ein Dingsbums. Weil die schießt ja auch einen Schuss und dann musst du die da irgendwie rumrepetieren und damit du den nächsten Schuss abfeuerst. Dann dazu die Mesa und noch irgendwie eine Peitsche oder so. Und schon hast du da so ein richtig schönes Cowboy-Theme. Wäre doch cool. Wäre doch cool. Ja, Grinlock. Sehr lustige Waffe. Ich denke, die wird später, wenn ich die dann irgendwann mal fertig gelevelt habe, äh, richtig, richtig, richtig nett sein. Und, äh, ja, dementsprechend sind wir wieder am Ende. Die Grinlock. Habt ihr sie schon gespielt? Wenn ja, wie findet ihr sie? Und so weiter und so fort. Und, äh, dann wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Gute. Mein Name ist Taladin und bis zum nächsten Mal. Schau. Hüß. Hihi. 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 Hihi.